Immer wieder eine Attraktion und ein Besuch wert sind die jährlich stattfindenden Rosentage in Nöckenschwil. Sie ziehen Besuche aus vielen Regionen an. Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt, immer im Namen der Rose. 2023 jähren sich die Nöckenschwiler Rosentage zum 52. Mal. Vom 8. bis 10. Juli präsentiert sich das Dorf, das sich der Rose verschrieben hat, mit einem Rosenmarkt, Festumzug und Unterhaltungsveranstaltung für Familien, Kinder und Senioren. Untertitelung des ZDF, 2020